Stell dir vor, du hast einen biologisch eineiligen Zwilling, von dem du nichts weißt. Und dieser Zwilling lebt wie du sein Leben lang in Deutschland und überlegt sich jetzt gerade vor der Bundestagswahl, wen oder was er wählen soll. Was denkst du, wie seine Wahl ausfallen wird? Naja, kommt ganz drauf an, denkst du vielleicht. Nee, kommt eben nicht drauf an. Die Wahrscheinlichkeit ist riesengroß, dass er oder sie sich genauso entscheidet wie du. Du bist skeptisch? Dann bleib dran. Wie viel unsere Persönlichkeit von den Genen und wie viel vom Umfeld abhängt, also von unserem Elternhaus, der Erziehung, unseren Freunden, Bekannten und der allgemeinen Lebenssituation? Das ist eine faszinierende Frage, die sich die Philosophie schon seit Jahrtausenden stellt. Prinzipiell haben sich drei Denkrichtungen über die Jahrtausende etabliert. Erstens, das unbeschriebene Blatt. Zweitens, der edle Wilde. Und drittens, das Gespenst in der Maschine. Das unbeschriebene Blatt ist die empiristische Sichtweise und besagt ganz einfach, dass der Mensch ohne angeborene Eigenschaften auf die Welt kommt. Es ist also alles möglich und hängt von den jeweiligen Erfahrungen ab. Das romantische Konzept des edlen Wilden bedeutet, dass der Mensch von Natur aus gut ist und nur von der Gesellschaft korrumpiert wird. Das Gespenst in der Maschine ist sozusagen die spirituelle Sichtweise. Demnach besitzen wir eine Seele, die unsere Entscheidungen unabhängig von der Biologie trifft. Diese Theorien sind aber aus Sicht der modernen Wissenschaft kaum noch haltbar. Und eine der wichtigsten Veröffentlichungen zu diesem Thema kam von Steven Pinker. In seinem Buch The Blank Slate behandelt er genau diese Frage. Zunächst ein paar Worte zum Autor. Steven Arthur Pinker ist ein US-amerikanisch-kanadischer Experimentalpsychologe, Kognitionswissenschaftler, Linguist und populärwissenschaftlicher Autor. Er lehrt aktuell in Harvard, davor war er an MIT. Dazu hat er zahlreiche Preise gewonnen und war häufig auf diversen Listen der einflussreichsten Denker usw. vertreten. Diese Ausführungen zur Person sollen kein Autoritätsargument sein. Siehe meine Videos zu logischen Fehlschlüssen. Naja, und wenn ihr überhaupt kein Video mehr verpassen wollt, dann solltet ihr jetzt den Kanal abonnieren. Seine Referenzen aufzulisten, soll nur dazu dienen, den Mann vorzustellen und zu zeigen, dass er kein Random Idiot, sondern ein ernstzunehmender Wissenschaftler ist. Ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts kam die Theorie des unbeschriebenen Blattes so richtig in Mode. Das war nämlich auch attraktiv. Denn durch diese Theorie können wir den Menschen von seinen hässlichsten Eigenschaften freisprechen. Rassismus, Sexismus, Gewalt, Aggression, Verbrechen, um nur einige zu nennen. Doch Studien haben über die Jahre bewiesen, dass manche Menschen durch gewisse Prädispositionen stärker zu gewissen Verhaltensweisen neigen als andere Menschen. Sicher habt ihr eine Familie in eurem Umfeld mit mehreren Kindern, in der ein Kind von den anderen abweicht. Also vielleicht ins Positive oder ins Negative. Und ist das sogenannte schwarze Schaf der Familie. Und solche Beispiele sind Beispiele für die Theorie, dass gewisse Dinge bereits in den Genen verankert sind. Wenn euch dieses Beispiel nicht direkt überzeugt, dann denkt an das Beispiel vom Anfang mit den Zwillingen. Das war nämlich nicht nur Clickbait, es stimmt. Zwillingsstudien haben gezeigt, dass sich biologisch eineige Zwillinge, selbst wenn sie getrennt sind, deutlich ähnlicher sind als theoretische Zwillinge. Das meint Adoptivkinder zu ihren Stiefgeschwistern, mit denen sie aufwachsen. Das heißt, getrennte Zwillinge zeigen sehr ähnliche Neigungen zur Mathematik, zur Musik, zur politischen Orientierung, ihrer Intelligenz, Freundlichkeit und Fröhlichkeit. Und sogar bis hin zur gleichen Zigarettenmarke. Umgekehrt weichen die Eigenschaften von Adoptivkindern extrem ab, also von dem ihrer Stiefgeschwister, die dann wiederum vom gleichen Elternpaar abstammen. Um das anschaulich zu machen. Auf einer Skala von minus 100, sehr unähnlich, bis 100, sehr ähnlich, kommen eineiige Zwillinge auf einen durchschnittlichen Wert von 62. Und das ist außergewöhnlich hoch. Das greifbarste Beispiel, warum es ausgeschlossen ist, dass wir als unbeschriebenes Blatt auf die Welt kommen, ist die Sprache. Pinker hat als Linguist bewiesen, dass Babys programmiert sind, gesprochene Sprache spontan aufzunehmen. Babys nehmen Sprache nicht einfach nur als Töne auf und plappern sie nach, wie ein Papagei, sondern sie suchen automatisch nach Mustern und formen eigene, genuine Sätze. Ein wichtiger Einwand an dieser Stelle ist, dass sich gewisse Hirnstrukturen verändern lassen. Bei einem Profi-Jongleur zum Beispiel sind die Hirnareale, die für Koordinationen zuständig sind, deutlich ausgeprägter als bei normalen Menschen. Es gibt aber eben auch Eigenschaften, die sich nicht an- oder abtrainieren lassen. Ob ich homo- oder heterosexuell bin, lässt sich durch keinen externen Einfluss ändern. Ich empfehle euch ausdrücklich, die gesamten 600 Seiten zu lesen. Alles, was ich hier tun kann, ist einen kurzen Abriss darüber geben. Aber wenn ihr nicht überzeugt seid oder euch gewisse Beispiele fehlen, dann bin ich mir sicher, dass ihr diese bei der Lektüre finden werdet. Es ist zwar bereits 2002 erschienen, aber heute aktueller denn je. Die radikale Linke kommuniziert über Identitätspolitik, dass es keinerlei angeborene Unterschiede zwischen Menschen gibt. Dass alles also auf das System und die Gesellschaft zurückzuführen ist. Dieser Gedanke ist an sich gut, aber das ändert nichts daran, dass er wissenschaftlich widerlegt ist oder dass er zumindest höchst, höchst umstritten ist. Und darum geht es mir in diesem Video hauptsächlich. Wenn wir die Wahrheit, egal zu welchem Thema, herausfinden wollen, müssen wir den Diskurs zulassen. Und wenn wissenschaftliche Erkenntnisse uns im ersten Moment unangenehm erscheinen, müssen wir sie trotzdem hinnehmen und verarbeiten. Die Wissenschaft und diese Erkenntnisse sagen nicht, dass Rassismus, Sexismus, Gewalt und soziale Ungleichheit in irgendeiner Weise gerechtfertigt sind. Sie helfen uns nur, diese Phänomene zu verstehen. Wir sind alle verschieden und es gibt auch angeborene Unterschiede zwischen Menschen. Wir als Individuen sollten die intellektuelle Ehrlichkeit haben, das zuzugeben. Und die Gesellschaft muss tolerant genug sein, damit umzugehen. Aus diesen Unterschieden aber einen Sozialdarwinismus abzuleiten, ist ein totaler Nonsequitur. Denn wir als Gesellschaft sind immer in der Pflicht, soziale Gerechtigkeit zu schaffen. Punkt. Was meint ihr dazu? Seht ihr den Einfluss von Genen als zu groß dargestellt oder als zu klein? Schreibt mir dazu in den Kommentaren. Ich bin bei Skeptik und wenn ihr der Meinung seid, dass ihr BS in diesem Video gefunden habt, dann lasst es mich wissen. Denn nur durchs Miteinander sprechen kommen wir weiter. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da, kommentiert, abonniert und folgt mir auch auf Instagram und Twitter. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.